Mh, saubere Arbeit. Musst wohl feste Zähne haben. Natürlich. Und kein Zahnfleisch bluten? Natürlich nicht. Und wie machst du das? Natürlich putzen. Solltest du auch mit Dendagard. Dendagard? Ja, der enthält Kamille, Mürre, Minze und Salbei. Als Naturkräuterextrakt in den grünen Streifen. Und nicht vergessen, regelmäßig putzen. Natürlich. Dendagard. Vor Parodontose schützt natürlich putzen.